ach guck mal da kommen sie hier ist das los wilde grabe ein wildes krabi greift an ein krabi kann nichts mehr aufnehmen ja gut wenn wir hier alles wieder gemäht haben dann mache ich mal am portal oder kommt gerade mal hier rüber da warte jetzt habe ich hier meine stufenaufstieg so was könnte ich jetzt mal ein intelligenz zauber schaden zaubergeschwindigkeit drei prozent erhöhte gesamte anforderung nicht erfüllt okay was ist das energische zwölf prozent der energische der war ich habe einen gegenstand gefunden gelb ist gut oder wo bist du wieder du bist wieder da ganz woanders ansturmspieler was habe ich denn überhaupt hier inventar 6er sag mal kann du kannst doch auch mit anderen zeug arbeiten gern also weißt du dich mein als mit dem zauberstab oder ja könnte ich auch weil pass mal obacht kann ich den netthandeln doch handeln ich habe keinen platz für das warte mal kurz ich muss auf dem bild handeln was hast du so gemacht ach so hab schon an ja das bringt mir auch nichts weil ich dir nicht anlegen kann warum weil der nur hat das kosmetisch auf dem inventar allerdings zwei geht da eins geht da gar nicht und auf meinem zweiten kann ich entweder nur den bogen nehmen oder halt was anderes okay so ist jetzt egal äh portal ja ich habe ein portal geöffnet du musst nur durchgehen ja mach ich ja ich muss mich daran gewöhnen dass das nicht wer es ist die ist so das heißt wo kann man jetzt so haben wir verkaufen bei den weil ein messer glaube ich nachhaltbar gelingen wie leid ja ich nehme es auch wir haben wir können auch präsent bei heikin gegenständlich verkaufen okay interessant können wir jetzt auch beide durch das portal zurückgreifen ich habe 4 bis 8 8 bis 13 und 4 bis 8 alles klar dann kann ich den ja auch verticken ja warte ich habe ja noch ein paar sachen so ich verkaufe das jetzt sowas haben wir hier es war das rot aber ganz ehrlich so aber wenn du den ding hast du den jetzt verkauft ja ich habe nichts mehr außerdem durch den habe ich natürlich noch ja wenn du den anlegen kannst du mich denn ich kann den ja anlegen wo ich kann halt entweder den deutsch oder den bogen und ich habe jetzt den deutsch angenommen bis ich einen besseren bogen mal findet dann kann ich den annehmen bis du soll jetzt gucken auf uns durchs portal kommt ja dann geh du vielleicht erst mal ja sehr schön gut wir müssen hier unten entlang ne das frostheber treibholz zauberstatt der stichelei liegt hier rum gär was wo wo bist du hier unten da bist du so was haben wir denn jetzt hier ähm qualitäten 9 4 bis 9 schaden 4 bis 8 schaden und 4 bis 8 schaden 4 bis 9 aber ich kann oh hier kann ich drei sachen dran machen das ist ja mal richtig geil alles klar was kannst du ich kann hier drei sachen dran stacken und der macht 4 bis 8 schaden genauso wie mein anderer dings hier und der kommt 4 bis 9 Uhr kann nur eins anlegen aber den kann ich mich da hinsetzen noch so und ich hab'n deutsch neun der ist auch besser da kann ich mich auch was für den besser als was besser als den den ich jetzt hab also oh wo bist du hier da dann da 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 ich bin doch falsch wie kann ich denn zwischen er hat schon du sagst wenn du weiterkannst Ja, ja. Ready. Ready. Ach guck mal, wasserleicht. Nö, kein Feuer, weiß nicht, stimmt. Oh yeah. Schön alles niedermähen. Oh, wie es einfach hängt. Oh, es geht momentan. Nee, bei mir hängt das manchmal süß der Bildschirm komplett und ich weiß nicht. Ah, okay. Lass mal die Frau ran. Was war die Bruni? Okay. Ist das vielleicht eine Grafikeinstellung? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht solltest du mal... ...gleich mal nachkommen. So. Interessant, dass ich für die Sprache des Spiels neu starten muss, aber für Grafikeinstellungen nicht. Das ist geil, ne? Nee. Er hängt trotzdem. Was haben wir denn? Ich muss mal eben in den Tag gucken. Sechser. Sechser Rüstung, drei. Drei, alles klar. Ich habe nichts besonderes dazu bekommen. Ich habe ein Schild. Hier nehme ich jetzt. Ach, das ist nur kosmetisch. Na super. Wie kannst du denn darauf, dass das nur kosmetisch ist? Oder das versteht? Rechts ist kosmetisch, links ist und links. Ah, nee, warte. Hier ist kosmetisch. Ah. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. So. Dann kann ich ja auch eiblich... Ne. Du bist raus. Was? Ja, du hast das Gebiet verlassen. Äh. Okay. Ich sehe mich aber noch. Aber er hat sich gerade aufgehängt. Ich bin raus. Ich komme wieder zu dir. Ich warte hier. Kann ich ein Schlückchen Kaffee nehmen? Oh ja, Kaffee. Ne, das ist jetzt auch gern. Äh. Jetzt musst du nur zu mir kommen, ne? Wenn ich hier gerade irgendwas machen könnte, ja. Jetzt. Ja. 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 Bei irgendwelchen Gründen hängt er nämlich. So, teilweise echt extrem. Nicht, dass du wieder einen Update ziehst? Das alte Problem. Wella, ich nicht. Hoffentlich nicht. Ne, er freestylt, komplett und dann läuft auf einmal ultra schnell. Vielleicht liegt's doch auch einfach an meinem Internet. Okay. Also, weiß ich nicht. Dann hab ich so ein paar Sekunden einen kompletten Freeze auf dem Laura. und dann ist das wie als würde der vorspulen und ich weiß nicht wo das liegt jetzt gerade geht's mal schauen so ich weiß aber auch gerade nicht du musst mich glaube ich noch mal in deine gruppe einladen ja alles freunde das option hallo warum bist du jetzt blau nicht grün ach so war du jetzt der lieder bist ich bin jetzt wieder ja weil ich die einladung geschickt hat dürfte sich aber nicht viel ändern ich spiele das zusammen interessant dass hier durch sagt ach ich bin noch ist übrigens was heißt aber das ist ganz gut das anders hier komplett ist das herlaufen holi was ich hoffe ich habe ja wir müssten glaube hier lang guck davon ich weiß zwar nicht was das bringt aber ich kann was hochstufen das ist wichtig hatte aber hier ist nichts mehr wir müssen ja auch unter irgendwie dazu inseln keine ahnung ja schon ich hatte halt gedacht mir mir gucken naja jetzt den plattenweste das habe ich ja alles gefallen lassen ich habe nicht mehr so viel platz aber das habe ich ja schon alles oder ich hab's besser so was haben wir denn hier hier geht es glaube ich weiter die gezeiteninsel hier geht es zur gezeiteninsel ja dann gehen wir doch erst dahin oder gezeiteninsel